Urdhva Padmasana in Salambas Sarvangasana. Der umgekehrte Lotus im unterstützten Schulterstand. Vom Schulterstand ausgehend komme in den Lotus. Es gibt mehrere Variationen. Bei der ersten hältst du den Rücken unterstützt und die Knie hoch zur Decke. Bei der zweiten Variation gibst du die Handflächen auf den Boden. Und die dritte Variation, die die Urdhva Padmas Sarvangasana Grundstellung ist, manchmal auch einfach genannt Urdhva Padmasana, bedeutet, dass du die Arme hebst und die Hände unter die Knie gibst, die Arme dabei gestreckt. Diese Stellung ist so, als ob du auf dem Himmel sitzt, Kopf in Jalandhara Bandha hältst und die Wirbelsäule ansonsten aufgerichtet ist.